Moin moin Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Wir machen Stalker Clear Sky. Wir machen den zweiten Teil von der Stalker Serie. Da gibt es ja jetzt auch schon wieder Gerüchte über ein neues. Ob das jetzt wirklich wahr ist, keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja, ich würde einfach mal sagen, have fun jetzt erstmal mit dem Intro. Und viel Spaß. Um genau zu sein, müssen wir uns keine Sorgen machen. Laut unserer Forschungsergebnisse wird es mindestens zwei Monate, vier Tage und sieben Stunden bis zur nächsten Emission dauern. Die Stärke wird drei auf der Bergmannskala betragen. Das entspricht 2.13... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja... Epic Fail und so würde ich sagen, ne? Das war wohl doch eine Emission, mein Lieber. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, ich habe niemals zuvor so etwas gesehen. Das Enzephalogramm zeigt zwar große Schäden am Nervensystem, aber die restlichen Indikatoren könnten einfach nicht besser sein. Das ist recht erstaunt. Vielleicht hat das etwas mit der Emission zu tun? Ja, mit Sicherheit. Auch wenn ich bis jetzt überhaupt keine vernünftige Erklärung kriege. Ja, finde ich auch, ne? Ja, mein Kopf ruft und alles dreht sich und ich fühle mich ziemlich miserabel. Das ist normal. Erinnerst du dich noch daran, was mit dir geschehen ist? Ich weiß, dass ich eine Expedition durch die Süfer geführt habe. Ein paar Wissenschaftler. Dann die Emission. Das war's. Wo bin ich? Bin ich im Himmel? Und warum sieht es so aus wie an die... die Zonne? Ja, ich war doch. Das deutet darauf hin, dass du dich gut erholt hast. Dein Name ist Liveden. Ich bin der Anführer dieser Gruppe und für jeden hier verantwortlich. Auch für dich, solange du dich hier auffällst. Wir nennen uns Clear Sky und du befindest dich gerade in unserer Basis. Wir haben dich nach der Emission in den Sümpfen aufgegabelt. Da hab ich ja wohl Glück gehabt. Hm. Das bezweifle ich. Da gibt es drei bisher unerklärliche Tatsachen. Erstens hast du die Emission überlegt. Zweitens hat sich unsere Patrouille in den Sümpfen gefunden, die hauptsächlich aus endlosen Treibsammel stehen. Und drittens. Wärst du beinahe von einer Horde Pseudo-Hunden in Stücke gerissen worden, wenn unsere Jungs nicht rechtzeitig aufgetaucht wären. Solch eine Kette von Ereignissen kommt mir nicht vor wie einfaches Glück. Wie auch immer. Ich muss jetzt etwas anderes erledigen. Lass uns später weiterreden. Alles klar. Ja. Dann hätten wir das in dem Sinne. Können wir uns bewegen. Eins vorab. Das wird wahrscheinlich hier jetzt in diesem Lager wahrscheinlich übelst lecken. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt rausgehen. Äh, haben wir eine Lampe eigentlich. Ja, wir haben die Lampe da noch. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, Stalker Clear Sky zu zocken. Weil ich das irre nicht mehr gewohnt bin. Aber hey, egal. Ich muss gerade mal selber gucken. Wo war denn hier Ducken? Da war Ducken. Da war... Normales Gehen. Okay. Ich laufe über Stahl, weißt du? Na, egal. Ich soll erstmal zu dem hier gehen. Wahrscheinlich soll ich mich mit irgendwelchen Sachen versorgen oder so. Willkommen zurück aus dem Jenseits. Hallo, Söldner. Während du außer Gefecht warst, bist du hier zu einer echten Legende geworden. Nicht einmal du selbst würdest einige der Gerüchte glauben, die ich so gehört habe. Ach, nicht? Aber egal. Dieser Drink für einen verdammten Glückspilz geht aufs Haus. Er wird dich entspannen. Und dann kannst du mir in aller Ruhe deine Geschichte erzählen. Ich platze vor Neugierden. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe gerade eine Gruppe von Wissenschaftlern durch die Sümpfe geführt, als wir plötzlich von einer Mission überrascht wurden. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin hier erst wieder aufgewacht. Also erzähl du mir, was passiert ist. In Ordnung. Dann trinkst du und ich erzähle dir von diesem Ort. Hier war es mal recht ruhig. Wir hatten uns um die Wege gekümmert, die richtigen Orte erforscht und die Zufahrtswege unter Kontrolle. Natürlich sind die Sümpfe nicht gerade ein Ferienparadies, aber immer noch besser als so manch anderer Ort. Ja, es war also nicht schlecht. Bis zur letzten Emission. Die größte, die wir je erlebt haben. Mittlerweile beten unsere Jungs zu Gott und dem Teufel gleichzeitig, bevor sie sich aus der Basis herauswagen, weil es stets an ein Wunder grenzt, wenn sie es heil wieder zurück schaffen. Aber wir beißen uns trotzdem durch, denn unsere Jungs sind nicht wegen des Propheziers, sondern kämpfen für ihre Sachen. Wie bist du hierherkommt? Ich habe Flaschen gesammelt, eine nach der anderen, und sie habe mich direkt hierher geführt. Ach was, das war ein Witz. In Wahrheit gab es dort draußen keinen Ort, der mich wollte, und den ich wollte. Am Ende bin ich dann hierher gekommen. Zuerst in die Zone, dann zu Clear Sky. Die Typen hier sind in Ordnung, und ich werde hier gebraucht. Sie kommen zurück nach einer Mission, und ich schenke Ihnen einen Trink ein, erzähle ein paar dreckige Witze, und damit ist meine Arbeit getan. Einfach, aber wirkungsvoll. Man nennt mich hier übrigens Cold. Und warum? Na egal. Was diesen Ort angeht, kannst du mir verraten, wo wir hier sind? In unserer Basis, wie du siehst, handelt es sich dabei um so etwas wie einen kleinen, einsinkenden Bauernhof, mitten in den romantischen, endlosen Sümpfen. Ich kann dir die genaue Lage nicht sagen, aber auf jeden Fall ist dies hier der letzte Ort in der Zone, wo man ganz normale Menschen trifft. Menschen, die dich nicht übers Ohr hauen, die dein Messer in den Rücken rammen, oder dich verbluten lassen wie ein Schwein, nur um ein Med-Kit zu sparen. Ich kenne mich in der Zone eigentlich ganz gut aus, aber von Clear Sky habe ich noch nie was gehört. Wie laufen die Dinge hier? Weißt du, warum du noch nie davon gehört hast? Weil zu viele Leute etwas darüber wissen wollen. Und je weniger man über uns weiß, desto besser. Unser Anführer heißt Lebed. Ein Mann wie ein Felser, wenn ich das ausdrücken darf. Er hält unsere ganze Gruppe zusammen. Dann haben wir Bianpulow, Professor Bianpulow. Er ist ein wandelndes Lexikon und ein gottverdammter Computer in einem und weiß mehr über die Zone als, naja, egal. Unser Techniker heißt Gray und er kann dir aus einer leeren Dose ein Gewehr samt Munition basteln. Bei ihm ist zwar die eine oder andere Schraube locker, aber sonst... Halte den Söldner nicht mit deinen dreckigen Witzen auf. Ich muss ihn sehen. Nun Bruder, wenn der Bedef sagt, dass er dich sehen muss, dann muss er dich wohl wirklich sehen. Geht, wir reden später. Wie ging denn das nochmal mit Sachen aufsammeln? Ich glaube, das war F, aber egal. Kann ich wohl anscheinend nicht aufsammeln. Na, egal. Hi, wie geht's? Kann ich mit dir reden? Oh, das Übliche. Ich werde gleich mal mit den ganzen Leuten hier reden. So, wir haben hier mit Sicherheit noch ihn. Hi, wie geht's? Es freut mich, dich zu sehen, junger Mann. Du siehst deutlich besser aus. Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt. Äh, ich habe in der Zone alle möglichen Leute gesehen. Manche kommen her, um ihren Träumen hinterher zu jagen. Andere suchen hier nach Wundern, die die Zone bereithalten. Wieder andere sind einfach auf der Suche nach möglichst viel Beute. Warum untersucht ClearSky die Zone? Was ist die Zone eigentlich? Die Menschen nehmen irrigerweise an, dass sie die wahre Natur der Zone verstehen. Manche glauben, dass es sich dabei um das Böse an sich handelt. Andere wiederum halten die Zone für ein Wunder, das zu den Menschen geschickt wurde. Wieder andere sehen in ihr nichts weiter als eine Quelle für Reichtümer. Sie liegen alle falsch. Man kann die Zone nicht verstehen, wenn man sie aus der menschlichen Warte aus betrachtet. Überhaupt sind die Menschen noch gar nicht so weit, die Zone zu verstehen. Daher sind sowohl die Aktionen der Regierung als auch der Stalker im Zusammenhang mit der Zone fehlgeleitet. Und ich befürchte, dass sie vollkommen unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen werden. Dies stellt eine fürchterliche Gefahr für uns alle dar. Und was ist die Zone eigentlich? Ach, junger Mann, wenn ich nur die Antwort auf diese Frage hätte. Wir untersuchen die Zone akribisch, um das herauszufinden. Die Zone ist als Resultat von, sagen wir, missgeleiteten Handlungen der Menschen entstanden. Und wir sind nicht in der Lage, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Die Zone kann nicht zerstört werden und verschwindet auch nicht von selbst. Wir, Clear Sky, sind der Meinung, dass es nur einen Weg gibt, wie die Menschen überleben können. Durch Koexistenz mit der Zone. Warum gibt es in der Zone diese Erschütterung? Wissen Sie etwas darüber? Ja, wie erkläre ich das am besten? Lass es mich so ausdrücken. Jedes komplexe System in der Natur, und das schließt die Zone mit ein, strebt nach einem Gleichgewicht, solange keine destabilisierenden Kräfte von außen wirken. In den vergangenen Jahren war das hier der Fall. Die Zone war stabil und es gab keine größeren Abweichungen von der Norm. Und was ist jetzt? Wir haben eine gigantische Emission erlebt, die die Zone grundlegend verändert hat. Das System ist instabil geworden, wurde gestört. Die Zone erzeugt eine Emission nach der anderen, pumpt sich mit derart viel Energie auf, dass meine Messgeräte durchdrehen. Und sofern wir keinen Weg finden, diesen Vorgang rückgängig zu machen, wird eine Katastrophe eintreten, die dem Unfall von 1986 wie eine Silvesterparty erscheine lässt. Die wichtigste Lektion, die man aus dieser ganzen Sache ziehen muss, ist, dass diese Störung im System nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern eindeutig von Menschen verursacht wurde. Ich wünschte, ich wüsste, wer dafür verantwortlich ist. Das versuchen wir herauszufinden. Vielleicht wird es uns dabei helfen, die Katastrophe zu verhindern, wenn wir wissen, wer das Gleichgewicht der Zone gestört hat. Ob die Menschen das wieder in Ordnung bringen können? Da die Menschen dieses Chaos verursacht haben, können sie durchaus auch in der Leide sein, es wieder zu bereinigen. Auf jeden Fall hoffe ich das sehr. Wie genau könnte das funktionieren? Ich fürchte, auf diese Frage habe ich keine Antwort. Du solltest sie Lebedev stellen. Jo, jo, bis später. Hoffentlich werden meine Antworten uns allen helfen. Ähm, der ist unten, glaube ich, ne? Jo. Aber mit dem kann ich sowieso nicht reden, von daher gehen wir einfach mal zu ihm hier. Hi, wie geht's? Warte, ich gehe erstmal dahin knähen. Kuckuck. Gehen wir zu Hause? Können Sie sich hier irgendwas mitnehmen? Nicht? Oh, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Na, egal. Gehen wir mal. Hi, wie geht's? Warst du an der frischen Luft? Du siehst auf jeden Fall besser aus. Ich werde dir die Lage schildern. Du befindest dich in der Basis von Clear Sky. Versuch nicht, dich daran zu erinnern, wer wir sind. Du hast noch nie von uns gehört. Und das mit gutem Grund. Unser Ziel ist die Erforschung der Zone. Wir sind der Meinung, dass die Zone erforscht und verstanden werden muss, damit die Menschheit weiß, womit sie es zu tun hat. Die Zone zu verstehen, ist der Schlüssel zur Koexistenz mit dir. Denn die Zone ist ohne Zweifel das wundersamste Phänomen, mit dem es die Menschen bisher in ihrer gesamten Geschichte zu tun gehabt haben. Du hast doch einen an der Schlüssel. Na, egal. Das haben sie ja eh alle. Von daher, warum versteckt ihr euch? Wie ich gesagt habe, wir sind Forscher. Wir versuchen die Natur der Zone zu ergründen, ihre Ursache in Erfahrung zu bringen und die Regeln ihres Bestehens zu erfassen. Wir sind nicht auf Geld aus, gieren nicht nach Artefakten und interessieren uns nicht für Revierkämpfe mit anderen Fraktionen. Das ist der Grund, warum wir uns hier in den Sümpfen verstecken und uns auf unsere Forschung konzentrieren. Unsere Stärke ist nicht der Kampf, sondern Wissen. Das Wissen über die Zone, das wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Wir wissen mehr über die Zone als die Stalker und die Regierung zusammen und standen kurz davor, durch unsere Forschungen ein logisches und konsequentes Gesamtbild zu erhalten, bis vor einigen Tagen diese massive Emission auftrat. Ja und? Wird wohl eine der Emissionen sein, die hier immer wieder auftreten? Nein, die Emission war unglaublich stark, stärker als je zuvor. Sie war wie ein Tornado, der über die Zone zog und sie veränderte. Jetzt ist alles anders. Die bekannten und relativ sicheren Gebiete sind nun hoch radioaktiv und voller Anomalien, während man sich problemlos in anderen Bereichen der Zone aufhalten kann, die zuvor jahrelang unzugänglich waren. Nicht einmal die besten und abgebrühtesten Stalkere wissen genau, was sie auf ihren bevorzugten Pfaden erwarten. Aber auch die Menschen haben sich verändert, was sofort deutlich wurde. Die Emission hat das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Fraktionen zerstört und deswegen führen sie nun Kriege um die Kontrolle über die Gebiete der Zone. Mit anderen Worten, viele seltsame Dinge sind vorgefallen und ich kann das Ausmaß dieser Veränderungen noch nicht ganz erfassen. Immerhin ist die Emission erst ein paar Tage her. Wenn du mich fragst, ist das Seltsamste der letzten Tage die Tatsache, dass du überlebt hast. Wenn ich wüsste, wie ich überlebt habe, würde ich es dir sofort erzählen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Wie kann ich dir helfen? Ich sollte besser gehen. Ich bin ziemlich geschafft, aber ich kann mich immer noch auf den Beinen halten. Wie komme ich hier raus? Es ist nicht einfach, hier herauszukommen. Nicht im Geringsten. Die Sünfe sind ein wahres Labyrinth aus Schimpfgebieten und radioaktivem Treibsand. Und es wimmelt hier von schrecklichen Monstern und menschlichem Abschaum. Wobei ich nicht sagen kann, was davon schlimmer ist. Nur jemand, der sich hier gut auskennt, kann dich sicher herausführen. Und von diesen Leuten haben wir gerade einmal eine Handvoll.